Lass doch deine Kreativität mal so richtig durchblicken. Ich zeige dir, wie du eine optische Täuschung und damit einen tollen Hingucker auf deine Nägel bringen kannst. Auf deinen vorbereiteten und verlängerten Nagel trägst du zuerst eine dünne Schicht Grundiergel aus der Jolifin Laveni Pro Serie auf. Das Grundiergel härtet in 60 Sekunden im Dual UVA LED Lichthärtungsgerät Power aus. Modelliere danach deinen Aufbau mit dem Jolifin Laveni Pro Fiberglas Gel und lass wieder aushärten. Anschließend entfernst du die Schwitzschicht mit Cleaner und feilst den Nagel in Form. Bürste danach den Feilstaub gründlich ab. Jetzt überziehst du den gesamten Nagel mit dem Jolifin Farbgel Pure Ocean und lässt erneut aushärten. Für einen intensiveren Farbauftrag trägst du eine weitere Schicht Farbgel auf, welches auch wieder aushärten muss. Danach entfernst du die Schwitzschicht mit Cleaner. Mit der Bufferpfeile mattierst du anschließend den Nagel. Nachdem du den Feilstaub abgebürstet hast, klebst du ein Streifenmuster mit den Jolifin Laveni Nail Art Pinstripes Chrom Silber auf den Nagel. Die Nagelspitze trennst du dabei mit zwei schrägen Streifen optisch ab. Mit dem Jolifin Painting Gel Pure Black und einem Fineliner Pinsel füllst du dann die Zwischenräume bis zu den schrägen Streifen aus. Ziehe danach die Streifen vorsichtig ab und lass wieder aushärten. Auf die Nagelspitze zeichnest du jetzt weitere Streifen, die versetzt zu den vorhandenen verlaufen. Lass danach wieder aushärten. Zum Schluss überziehst du den Nagel mit dem Glossy Versiegelungsgel ohne Schwitzschicht. Lass danach ein letztes Mal aushärten. Bei diesem Design muss man einfach zweimal hinsehen, oder? Probiere es doch einfach mal aus. Bis bald, deine Anna Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück.